Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathebock, wenn Mathebock macht. In diesem Video geht es um einen schnellen, aber umfassenden Überblick, wie du die Lagebeziehungen von Geraden überprüfen kannst. Soll die Lagebeziehung zweier Geraden untersucht werden, dann geht man stets in folgender Reihenfolge vor. Als erstes mal guckt man, sind die kolinear die Richtungsvektoren? Wenn das so ist, dann ist ja der eine einfach Vielfaches des anderen. Ist das so, dann zeigen die ja in die gleiche Richtung. Folglich sind natürlich die Geraden dann auch parallel. Ist es nicht so, dann sind die Geraden eben nicht parallel. Machen wir auf der Seite weiter. Als nächstes müssen wir prüfen, sind die möglicherweise echt parallel? Das heißt, liegen die nicht aufeinander oder sind die möglicherweise sogar tatsächlich identisch und liegen aufeinander? Das macht man, indem man den Aufhänger der einen Gerade als Punktprobe in die andere Gerade einsetzt. Also mögliche Gleichung, die dann dastehen könnte, ist eben der Aufhänger der zweiten Gerade. Der lässt sich darstellen aus der Geradengleichung der ersten Gerade. Ist das dann eine wahre Aussage, dann ist ein Punkt der einen Gerade auf der anderen drauf und damit sind die Geraden identisch, führt das zu einem Widerspruch, dann liegt kein Punkt drauf und die Geraden sind dann echt parallel. Wenn wir wissen, dass die Geraden nicht parallel sind, dann können die sich entweder schneiden oder im dreidimensionalen Raum auch aneinander vorbeilaufen. Sie schneiden sich dann nicht und man nennt es dann windschief. Das machen wir, indem wir die beiden Geraden gleichsetzen und dann formen wir sie um zu einem linearen Gleichungssystem und lösen das für R und S. Dann kriegen wir eben einen Wert für R raus, einen Wert für S und wenn eben das lineare Gleichungssystem lösbar ist, dann schneiden sich die Geraden. Dann muss ich, um den Schnittpunkt zu finden, noch R entweder in die erste Gleichung einsetzen oder S in die zweite Gleichung. Dann bekomme ich den Ortsvektor des Schnittpunktes raus, kann die Schnittpunktkoordinaten dann angeben. Lässt sich das lineare Gleichungssystem nicht lösen, dann schneiden sich die Geraden nicht und sind eben windschief. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weiter geholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.